Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind heute wieder auf einem Spielplatz. Hier befinden sich zwei Schaukeln. Dieser Spielplatz ist eigentlich sehr toll, weil hier ein Klettergerüst ist für kleine und große Kinder, auch ein kleiner Fußballplatz und auch eine Seilbahn. Die werde ich jetzt testen. Was bei der Seilbahn auch sehr schön gemacht ist, ist, dass es hier so steil berghoch geht. Wir waren jetzt auf der Seilbahn. Jetzt gehen wir zu einer Netzschaukel. Okay. Hier ist so eine Polizeiauto-Wippe. So sieht die von oben aus. Es gibt hier auch noch so ein Feuerwehrauto-Wippe. Wie man im Hintergrund auch sehen kann, befinden sich da auch noch Tischtennisplatten. Ich bin jetzt gerade auf dem kleinen Klettergerüst, was ich euch vorhin gezeigt habe. Hier befinden sich auch noch Festhalteseile auf beiden Seiten. Hier befindet sich auch eine kleine Sitzbank. Hier sind jetzt noch Hängelstangen, die dann auf den großen Klettergerüst mit der Rutsche münden. Hier auf dieser Seite kann man auch hochgehen, wenn man nicht den kleinen Gerüst auch abgehen will. Hier kann man auch hochgehen. Hier geht es dann weiter. Hier kann man auch runterrutschen oder da hochgehen. Da ist die Rutsche, da werden wir jetzt hingehen. Da kann man auch hochgehen und da auch. Vielleicht werden wir das gleich auch hochgehen. Aber jetzt gehen wir erst mal zur Rutsche. Da vorne kann man auch noch hochgehen, was man hier oben in der Ecke sieht. Hier befinden sich auch die Sprechanlagen. Die zweite werden wir euch durch auch zeigen. Hier wird man jetzt auch hochgehen können. Ich bin jetzt hier auch an der zweiten Kletterwand. Ich bin jetzt hier wieder oben bei der Rutsche angekommen. Hier ist der Fußballplatz. Hier ist dann noch so eine Art Spinnennetz, wo man eigentlich auch einfach in die Mitte klettern kann. Hier befindet sich diese zweite Anlage von der Sprechanlage. Unter der Rutsche befindet sich auch noch diese Etage. Wenn ihr genau hinhört, hört ihr vielleicht, wie eine Person da jetzt etwas raus sagt. Ich bin jetzt hier bei dem unter der Rutsche. Hallo. Hallo. Die andere Person hat jetzt etwas bei dem Feuerwehrmann, wo auch dieser Funksprecher war, etwas gesagt. Hier befindet sich ein Sandkasten, in dem auch ein Klettergerüst ist. Hier befinden sich zwei solcher Teile. Da denkst du auch so ein Tisch, ein Rohr, so ein Sieb. Und durch das Rohr kann man von hier oben Sand durchwerfen. Hier befindet sich auch noch so ein Sieb, was von da oben hochführt. Und hier oben befindet sich auch noch eins. Was man hier oben durch Sand durchwirft, landet auch automatisch da unten in dem Loch. Hier ist jetzt dieses Siebloch, was dann unten im Baurende ist. Hier befindet sich auch so ein kleiner Klettergerüst. Aber hier ist auch eine Rutsche. Das ist das Dach. Das war jetzt noch die Rutsche von dem kleinen Spielplatz. Danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt.